Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Heute ist das Turnerfinale der Herrenmannschaft und wir können nicht nur Tischtennis spielen und Beachvolleyball und was nicht alles surfen. Wir können auch turnen. Gerd, tunst du gut? Turzt du gerne? Ja schon. Rek ist meine Spezialität. Also die einarmige Riesenfelge habe ich damals erfunden. Aus der Not eine Tugend gemacht. Die Felge kriege ich auch noch hin, aber mit dem Abgang wäre es für mich schwierig. Stehst du den? Klar. Wie eine Eins. Logisch. Wir haben da mal was vorbereitet. Man stellt sich vor Schwebebalken. Der ist normalerweise viel höher und auch schmaler. Und ein leichter Aufgang auf den Schwebebalken. Ja. Das rechte Bein über das linke. Das linke über das rechte. Er setzt an zur Endfigur, zur Mittelfigur. Mit viel Spannung, mit viel Fokus und er springt. Hast du dir weh getan? Hast du dir weh getan, mein Lieber? Komm her. Wir nehmen das deutsche Haus auseinander. Gerd Schönfelder gibt alles für den Sport. Für Olympia. Wie geht's dir? Wie geht's gut? Das ist Goldmedaillen wert. Komm hoch, Mann. Kleinholz hast du gemacht aus diesem Teil. Also die Sportanlagen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren früher, oder? Ey, wir sind raus. Goldmedaille für Gerd Schönfelder am Barren. Nicht am Ambarren. Goldmedaille für Gerd Schönfelder am Schwebebalken. Wir sind raus. Macht's gut. Gerd, bist du in Ordnung? Nein, ich bin gut versichert. Mein Gott. Alter. Du bist mein zweiter Hero de Janeiro. Auf jeden Fall. Hast du eine Verletzung davon getragen? Nein, nein, gar nicht. Ist alles gut? Ja, okay. Super, super, super. Ich habe eine gute Haftpflichtversicherung, liebes DOSB, liebes deutsches Haus. Es ist alles wie gut. Hier ist alles live. Hier passiert alles in Echtzeit. Mir hat das Herz echt einen Sprung gemacht gerade. Wie viele Punkte habe ich eigentlich gekriegt? Du hast so viel wie es geht und noch zehn oben drauf. Okay. Mir hat das Herz immer einen Sprung gemacht gerade. Aber dir geht's gut. Wir haben's geschafft. Also, wenn die Turner so viel geben wie Gerd Schönfelder heute hier im deutschen Haus, dann wird's die Goldmedaille. Ich bin heute noch nicht so eine Feder. Es war aber federgleich. Bis dahin war's echt federgleich. Ciao. Ciao, macht's gut.